Musik 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 Aber so geht's auch. Ah, 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 geht nicht. Hm, wo geht's lang? Da lang. Orange. Geht's da hoch? Da geht's natürlich nicht hoch. Hier geht's hoch. Perfekt in die Lücke geslidet. Oh, es geht runter. Mal gucken. Was war das für ein Geräusch? Hier wird es ein Koffer geben. Den will ich haben, um die Cutscene mit dem Polizisten freizuschalten. Ah, ja. Also ich sag, ich hab... Ich sag mal generell die Koffer und so'n Scheiß ein. Und äh, also Secrets und weil... Mich nervt das eigentlich. Mich nervt das immer. Aber um euch die Cutscene zu zeigen, äh, werde ich... Hab ich das jetzt mal gemacht. Muss ich irgendwas ausschalten? Ne, es kommt später erst. Äh? Was ist denn mit dir los, Faithy? Bist du zu doof? Oder bin ich zu doof? Ja, ich bin glaub ich zu doof. Ne, so geht's nicht. Hä? Ach ja, hier lang. Mädel! Wie ging's denn nochmal gleich hier hoch? Äh, ne. Äh, ne. Hä? Ach man. Ist ja ja totale Zeitverschwendung. So. So. Irgendwo Leute hier. Hä? Hä? Ich tue, was man mir sagt. Das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und wir sitzen außerdem noch ein paar mehr Leute im Lacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja. Es sieht natürlich gut aus für dich und deine kleine Gegend. Wer das mit denen? In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das halbhaft hier von morgen. Ja, ja. Glaubst du? Ja, ja. Glaubst du? Wir sind ja beide mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer. Ich brauch jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser Held sich nicht von alleine. Hahaha. Ne, das ist jetzt nicht wahr Faith. Ich wollte eigentlich gerade aufs Klo gehen. Können wir das nicht auf morgen verschieben? Ropeburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich mit wem er sich trifft. Komm zurück. Wir finden einen Weg, sich auch ohne Einladung da reinzubringen. Wer ist ich? Wo ist jetzt? Ich hab vier Kreuz, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da und sofort! E? Macht's nicht. Keine Fahrstühle. Oder? Doch nicht. Wow. So. Hier geht's runter. Doch nicht. Was soll der Scheiß? Jetzt ruckelt's. Ah, ich verstehe. Jetzt ruckelt es. Das war gewaltig. Kurze Aufnahmepause. So, ich bin hier oben und es ruckelt immer noch. Und dumme Kuh hält sich nicht fest. Ja hoch, Mann. Achso. Achso, ja. Das ist eine Glasschreibung. Super. Die krieg ich nicht klein. Die Fotzen. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Ich muss da hoch. Hast du jetzt auf einmal... Ah, ich verstehe. Hm. Ich brauch die Waffe her. Und das ruckelt und es laggt und es macht alles möglich. Hier nur das nicht, was es soll. Aber nicht doof. Ich hab mir den falschen Weg freigeschaffen. Ach egal. Ich, ähm... Ich muss das wohl hier mal beenden. Weil ich meine Waffe nicht verpumd. Ja, töte mich mal eben. Los. Macht hinne. Ich will Zeit. Boah, das ruckelt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Diese scheiß Rumbeläge hier. Aufnahmepause. Bis gleich. Ähm, ja. Es hat sich nach mehreren Runden um den Schreibtisch laufen immer noch nicht gebessert. Das heißt, ich werde den Part hier zu Ende beenden. Ich drück nur einmal und die rennt schon zwei Schritte. Beziehungsweise sieht's so aus. Deswegen, ähm... würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao.